Schauen wir mal, ob ich es schaffe. AfD ganz oben. AfD, dritter Weg, NPD, die mindestens unter den ersten drei und dann CDU schnickschnack. Okay. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Natürlich nicht. Ich will mit meinem Auto so schnell fahren, wie ich will. Überall. Okay. Stimme ich nicht zu. Verdammt nochmal. Da kriege ich ja gleich einen Hass bei sowas. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Na, volles Programm. Überall hin soll verteidigt werden. Bis in die ganze Welt hinaus muss Deutschland verteidigt werden. Dem stimme ich zu. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 wählen dürfen. Natürlich nicht. Ich wäre dafür, dass das Wahleakt darauf gesetzt wird auf 40 Jahre. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Ja. Ich finde, das soll beendet werden. Und jedes einzelne dieser Windräder gehört abgerissen. Weil es unsere Natur und Umwelt verschandelt. Und es sterben Vögel. Es sterben urviele Vögel. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Na, spinnen die? Na, sind wir jetzt schon im Totalkommunismus? Dass ich mir sowas überhaupt fragen lassen muss? Wer hat denn den Test geschrieben? War das der Stalin oder der Marx? Stimme ich natürlich nicht zu. Wenn die Leute sich keine Wohnung mehr leisten können, dann sollen sie halt unter der Brücke schlafen. Das ist eh gratis. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt werden. Wenn es das geben würde, Covid-19, dann sollten die Impfstoffe auch geschützt werden. Generell soll sowieso alles patentiert werden. Deshalb stimme ich dem zu. Obwohl ich mich da in einem Dilemma befinde. Weil wir wissen, eh schon wissen was. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohle verstromt. Soll vorgezogen werden. Vorgezogen. Na, ich finde, jeder sollte Kohlen essen. Am Tisch zu Hause statt Salat gibt es Kohle zum Essen. Weil wir wissen, Deutschland ist Kohleproduzent. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Na, eigentlich sollte man diese gesetzliche Rentenversicherung abschaffen und nur mehr privat versichern. Wir wissen doch, dass das alles nichts bringt. Stimme ich nicht zu. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Also ich bin schon dafür, dass es einen Familiennachzug gibt. Aber die, die da sind, sollen nachziehen zu ihren Familien nach Hause. Natürlich soll das. Das soll vierfach abgeschafft werden. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale... Na, schon wieder Steuern. Ich lese nur Steuern, Steuern, Steuern. Was ist mit der Freiheit? Wollen die alles niedersteuern? Nichts, der nationale Steuern. Das ist verreichend. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kinder soll stärker als andere leben? Ja, ja schon. Aber eigentlich traditionelle Familie, da ist Opa und Oma auch noch dabei, bitte. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Natürlich soll das erlaubt sein, weil ich möchte ja auch Spenden bekommen aus der Schweiz oder vom Herrn Möwenpick. Die sollen ja auch, die wollen ja auch ihr Geld spenden. Wieso sollen die das nicht dürfen? Steh mich zu. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Ja, soll so sein. Eigentlich sollte das BAföG abgeschafft werden. Ja, meiner Meinung nach. Aber meine Meinung interessiert ja niemanden. Man darf ja nicht einmal mehr seine Meinung sagen beim Valomat. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine Zwei- Ich meine, alleine die Frage ist ja schon absolut unpatriotisch. Es gibt nur eine Staatsbürgerschaft und das ist Deutsch. Weltweit. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidenten sprachlich... Jetzt fängt das da auch schon an. Diese sozial-marxistische Zersetzung, was an den Universitäten ist. Und jetzt kommt das schon bis in den Valomat hinein. Natürlich soll das nicht sein. Die Ostseep-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert soll, wie geplant in Betrieb gehen dürften. Uh, das ist jetzt schwierig. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Uh. Ich meine, das Fracking-Gas von Trump, das hätte ich schon genommen, lieber als das Putin-Gas. Aber jetzt Gas von Biden? Na. Aber wirklich nicht. Aber wirklich nicht. Dem stimme ich nicht zu. Verbrennt es das, die Pipeline. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig... Natürlich. Alles soll abgeschafft werden. Alles, was irgendwie mit Solidarität zu tun hat, soll einfach vollständig abgeschafft werden. Servus Thilo, danke für die Glückwünsche. Ein schönes Statement von dir. Das Tragen eines Kopftuches soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Na? Das Einzige, was Beamtinnen im Dienst erlaubt sein sollte, ist ein Stahlhelm. Stimm ich nicht zu. Die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll auch langfristig möglich sein. Langfristig will ich sowieso nur Verbrennungsmotoren. Und zur Not schnall ich mir einen auf den Rücken. Stimm ich zu. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten. Stimm ich nicht zu. Der Bund geht mir am Arsch. Freistaat Bayern, sage ich da nur mehr. Oder Freistaat Sachsen. Alles freistaatlich. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus... Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Na, weil so bringen sie uns den Kommunismus. Und wir wollen keinen China-Kommunismus. Stimm ich zu. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften und die Kirchensteuer einziehen. Ja, aber nur für gewisse Religionsgemeinschaften, damit wir uns da verstehen. Für eine. Na, für zwei. Weil wir wissen ja, wir berufen uns auf die jüdisch-christlichen Werte hier in Europa. Ja. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Na. Cannabis soll generell verboten sein. Stimm ich nicht zu. Die Kiffer. Deutschland soll aus der Europäischen Union natürlich soll es austreten und drauf treten. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden. Ja, wir wissen ja, das ist super. Die Landeslisten abwechselnd mit Frauen und Männern. Und wer kocht dann? Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin... Nein, wer krank ist, ist zu schwach zum Leben. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Natürlich. Weil... Wer kein freundliches Gesicht hat, ist selber schuld. Auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Stimm ich nicht zu. Es gibt keine Ehepaare ohne Kinder. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Natürlich. Und was haben wir dann? Lauter Öko-Hippies. Stimm ich nicht zu. Ich möchte konventionelle Hippies. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden. Jetzt wollen sie mich islamisieren auch schon über den Valumat. Das ist doch ein Skandal. Ich mache da nicht mit. Ich habe mich jetzt fünf Tage lang auf Twitter ausgekotzt über diese junge Frau, die Moderatorin hätte werden sollen beim MDR. Fünf Tage lang auf Twitter habe ich durchgedreht. Nichts geschlafen. Und jetzt sollen sie noch Religionsgemeinschaften staatlich anerkennen? Na, aber sicher nicht. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Na jetzt. CO2. Ich nehme CO2 als Deo. Was haben alle mit dem CO2? Das CO2, das ist kein Problem. Für nix. Wissenschaftler. Was wissen schon Wissenschaftler? Das nehme ich nicht zu. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Natürlich. Keine Schulden. Asyl soll weiterhin... Ja, ich wäre ja dafür... Das ist ja eine Fangfrage. Es ist ja eine Fangfrage ist das. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Gar kein Asyl. Aber zur Not fresse ich die Fliegen. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens... Nein, nein, nein. Der soll herabgesetzt werden auf 6 Euro. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Stimme ich nicht zu. Weil ich möchte schon nach Thailand auch ab und zu fliegen. Mit der Männerrunde. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihre Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Keine Ahnung. Ich nehme einfach... So. Thilo, danke. Zersetzung ist toll. Zellteilung ist voraussetzung nicht viel. Ja. Das ist ein schöner Ansatz, ja. So. Gewichtung der Thesen. Vierfache Erhöhung da aus Gas. Weg damit. Wo können wir da hin. Mehr Kohle. Patentschutz für Impfstoffe. Abschaff... Na, aber sowas von. Vierfache traditionelle Familien. Mehr Parteispenden für alle. Weg damit. Mit. Pff. 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 Brum, 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 brum. Pff. Pff. Raus aus der EU. Pff. Pff. Nix hoch. Keine Höhen. Aber ich... Na ja. Machen wir mal fertig, ja. Quark. Quark. Weg damit. Quark. 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 So. Fertig. Ich glaube, dritter Weg und NPD wird nicht dabei sein, weil ich glaube, die sind ein bisschen sozialer eingestellt. Aber ich glaube, AfD wird relativ weit oben sein. Schauen wir mal, ob ich es geschafft habe, ganz oben. Mich würde es überraschen, wenn es jetzt war, aber es lustig wäre es ja, wenn... Ja, ja, gell, du schreibst das, alle zusammen in Christus. CDU als erstes wäre der Hit, ja, aber ich glaube es nicht, schau mal. Ja, ich habe es gewusst. LKR sagt mir gar nichts. Liberal-konservative Reformer. Was? Von Bernd Lucke? Ach, der hat nach der AfD noch eine Partei gegründet. LKR, okay. PP ist die Bayern-Partei. NPT. Ich hätte eigentlich gedacht, jetzt, dass zuerst AfD kommt, dann NPT und dritter Weg. CDU, CSU, na, da ist dann schon einiges noch weg, ja. Naja. Aber ich meine, so schwer ist es halt auch nicht, gell. Also, ich hoffe es, die Serie, dann spielt kein Herz.